Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Survival Game auf dem mynichi.net-Server mit dem schönen Kameramann Herr Esserpeck. Hallo, na? Und mit mir dem Disboy, der genau vor seiner Flinte steht. Ja. Wir versuchen jetzt in zwei Sekunden die Kissen zu ergreifen und ein gutes Battle zu machen. Gerade hatten wir ein schönes, aber das haben wir nicht aufgenommen, weil YOLO. Ja, und jetzt geht's los. Ja, ich hab Pilze. Äh, kommst du hinter mir her, ich bin hinter dir direkt. Dann geh mir hinter dir, ich hab Pilze. Ich hab nichts. Und ich hab eine Steinaxt. Und, du kommst weiter hinter mir her? Ich bin schon vor dir. Ich bin hinter dir, ich hab' hinter dir einer. Ich hab' nicht mehr für dich. Du hast ein Schwer. Jetzt gleich. Ja, jetzt hab' ich alles. Cool, okay. Hitta, pass auf! Ja, Steinschwert, 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 Steinschwert. Nein, Entschuldigung. Wow, jetzt hab' ich das Eisenschwert. Äh, das Steinschwert. Das ist komisch. Du bist in der Aufnahme. Äh, Eisenschwert. Nee, nee. Wuschtung hab' ich leider nicht. Komm mit. Ja, äh, ich spiele gerade mit dem Rufers-Textschwert, eigentlich ein bisschen Bauern-Style-mäßig und ich hab' hier gerade eine Kiste gefunden, Daniel. Das auch. Wow, fünf Pfeile. Wow. Dann kommst du mit auf die Schnee-Gensicht. Du hast sogar Schaden gewinnt. Ja, ich hab' schon. Da hinten hinter dir hinterher und ziehen. Ich hab' hier schon, ich hab' ich hab' nur noch vier Herzen machen. und du hast halt einen alten Ein whiler in den Reiny was essen. Ich hab' hier was zu essen. Down here, bis desper Jesagemit, teilten dumplings, ich hätte vielleicht wie ein ein Vote, das ist wirklich hier Komm, du, sagst, da hier was zu essen. Ja, Moment. Ja, Moment. Ich hab' hier dran. nicht Läubik nicht geschlagen ich wollte ich kann nicht schlagen ja doch jetzt ich kann dann steckt er dann kann die und dann kann ich dir das ist auch von Daniel ist jetzt glaube ich, du bist jetzt glaube ich Level 27 oder 26 oder so, auf dem Server. Ja, auch, ja. Komm jetzt mal her! Von über 2000 Schülern, äh, als Schüler würde, von über 1000 Leute. Ja, 12.000 Spielern. Das war schon eine übertriebene. Also, äh, bis hinter mir? Jo. Gut. Da habe ich noch mal erwischt. Auf die Entfernung. Das war nicht weit. Wann? Ich kann nicht mehr laufen. Ich schon mal. Es ist immer gut, wenn du unter so, äh, Bonn stehst. Die zwei Blöcke hoch sind immer noch dabei zu springen, wenn du springst. Und du bist doppelt so schnell. Ich bin schnell den Weg ab, Arne. Geht nicht. Schade. Ach, der macht meine Taktik. Oh, der rennt einfach weg. Hey, er stirbt einfach. Schrecklauch weg. Oh, Mann. Das war dein Film. Dein Blitz. 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 Ja, ich hab ja. Dein Blitz. Den Hauberein der Statt recycle. Was hast du gesagt? Oh, ich hab Schwach noch. Oh, dann rief Know queens. Oh, das war's. Oh, ich fragte mich. Oh, ich hab's mascul homeless. Ja, zwei sodass wir transmitieren 2, Scheibe A conversion, Rad. Doch komm. das ist ein Ketten wo schweig wo Prozent Prozent um die Graschenkreis verlosen werden und die Ankunft für Kosten und Prämien die also in drei Minuten 8 da auch er hat sich das kann man sich an die Schiefer haben also weitergeht mich ist eigentlich egal ob Prämie oder nicht ja das ist auch ein zweiter Team ja ja weil ich schon wo sei mit denen achte auf deine Rechtschreibung ich habe sie hat zwei Jahre an alleine und vier zwei bis ein und die Gäste waren okay weil ich beinahe und mehr zuerst mal zu denken ich komme ich wo erlöse erhältlich nun Schreibe, wir machen es fair. Kannst du das mal eben machen? Was? Schreibe, wir machen es fair. Mach du doch. Ich bin aber vor dir, das geht nicht. Oh, das ist das gut am Wein am Schnee. Man sieht ihn nah an sich. Ja. Und da geht es auch wieder runter. Oh, ja, 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 toll, ich kann nicht mehr rennen. Ich darf mir jetzt keinen Schaden. Er bekommt schönen Schaden, sehe ich gerade. Ich habe hier eine Kiste gefunden. Ja, ich habe noch einen Stein. Ey, da, ich bin zum Steinschwert. Ich habe noch einen Steinschwert. Gerne. Das ist jetzt so ein Schaden bekommen. Der hat ein Goldschwert. Das bringt ihm auch sehr viel gegen Steinschwert. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ja. Okay, das ist... Okay, das ist noch der Einzige. Nee, wir sind halt noch der Einzige. Ja, ich kann nicht mehr rennen, Mann. Ich hasse das. Ich komme nicht mehr hinter die Nähe. Komm, verteidige mich wie ein Mann. Ja, ich habe ihn gekült. Aber du hast noch nicht gewonnen, oder? Ich habe gewonnen. Echt? Gut. Dann komm mal in die Lobby. Ich würde sagen, das war's dann. Ich bin in der Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich in der nächsten Mal. Jop. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Aber bis zum nächsten Samstag. Tschö.